Grüß euch die Marlons, Servus die Burm, es geht weiter mit Red Dead Redemption 2. Ok, da ist er, da ist er, der weiße Araber. I want some underlying, behoeing, be happy, Okay Oh, das war nicht Das war nicht Was jetzt? Jetzt ist das Was jetzt? Jetzt sind ein Oh, Gott, Oh, Gott Oh, es ist nicht ganz okay Oh Gott, okay. Wir wollen immer mehr fixiert. Okay. Komm, langsam. Okay. Komm, das geht schon. Wieso wird das jetzt so schnell rot? Wieso wird das jetzt so schnell rot? Komm, beruhig dich. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das muss man beim Hengen bringen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. So, das ist jetzt beruhigt. Ich sag, wir wollen eine Suppe. Ihr ist okay. Ihr seid okay. Don't worry. Stay calm. Easy now. I can't wait on it. I'm not sure if I can do anything. I'm not sure if I can do it. I don't know. I can't wait. I can do it. I can't wait. I can't wait. und er ist weg und er ist weg super Sturm Ok Ok Oh Don't worry. Easy now. Whoa, settle down. Stay calm. Easy. Shh, 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 shh. You're still playing a bit. There he is. There he is. There he is. There he is. Shit! Get a nasty one. Whoa, whoa. Hey, shit. No, no, stay here! Hey, come back! Okay, easy. Hey, there, girl. It's alright. Okay. She's enough. Nice and easy. Don't worry. Nice and easy. Nice and easy. Hey! Whoa! All right. We're friends now, girl. We're friends now, girl. We're friends now. We're friends now. We're friends now. We're friends now. And we're friends now. We're friends now, girl. Geil! Super! Super! Das hat mir nämlich schon ein bisschen gekonzt. Ein paar Anläufe habe ich gebraucht, aber jetzt habe ich es geschafft. Sehr gut! So, jetzt muss man den Satteln. So, tun wir nochmal streicheln. Füttern. Super! Gut, jetzt bauen wir den Sattel ab. So. Mit der sich gespeichert. Und jetzt bauen wir ihn aufsatteln. Ja! Super! Super! Na klar, jetzt kommt automatisch speichern. Ja! Speichern einfach! Natürlich habe ich da erst Stufe 1, weil jetzt muss ich wieder die Verbundenheit aufbauen. Bisschen streicheln. Bisschen streicheln. Was können wir noch machen? Streicheln wir es nochmal. Füttern brauchen wir es nicht. Es ist volle Energie. Gut. Passt. Okay. Okay. Wow, habe ich ja freut. Super! Passt! Okay. Tschüss Leute! Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn euch die Folge gefallen hat und wenn euch mein Kanal gefällt, dann lasst mir doch ein Abo da. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke. Würde mich echt auf ein Kommentar freuen. Ich beantworte jedes Kommentar. Tschüss. Pfiat euch. Dere Baba. Euer Dad. Ich bin raus.